Leute, Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei 70Motion Technikgrube. Ich habe schon sehr lange darauf gewartet und kann es kaum erwarten, mit euch zusammen das Paket aufzumachen. Boah, ich kann es kaum erwarten. So, hier ganz vorsichtig, ich will ja nichts kaputt machen. Richtig gut verpackt, alles schön. Schöne Pappe, schönes Klebeband. Okay, Freunde, gleich ist es soweit. Seid ihr auch schon so gespannt? Richtig gut, was da alles drin ist. Schönes Füllmaterial. Richtig gute Pappe. Schöne Farbe. Schön Obst, auch wegen Weihnachten. Da ist sie ja. Die neue Viewmaster 3D mit Real in 24 Stereofarben, Beid-Augen-Sensor, Quadratspiegelung und in der Sonderfarbe Rot. Ich dreh durch. In Echtplastik mit Mundgefüllterten Klappen. Liegt herrlich in der Hand. Man will sofort losfilmen. Und hier der Blick in die Linse. Wer? Also ich finde, das hier ist eine der besten Geschenke, die man sich zu Weihnachten wünschen kann. In diesem Sinne, euch ein schönes Fest. Und kauft, kauft, kauft.